Achso, und übrigens, wir haben sehr lange auf das Heim gerade warten müssen, deswegen habe ich und Jojo schön die Queries entleert. Ja, ihr habt auf mich warten müssen. Haben wir auf Angi warten müssen? Nein, auf jeden Fall, man sieht, sehr viel Obsidian, sehr viele Feuersteine, ein bisschen Oranium, ein paar Dias und nur ganz wenig Eisen. Jo, servus Leute und herzlich willkommen zurück zum FTP-Projekt, heute nicht alleine. Ich lasse mir hier Jojo mit seinem hässlichen Kopf. Hä, was? Ich kann doch abdessen, wenn du willst. Ja, Darsten. Nein, brauche ich nicht, ich möchte weiter zaubern. Hab man das gerade Torak gehört? Ja. Okay. Okay, Crystal Cluster, was könnte man dazu benötigen? Werkzeug eventuell? Achso, und übrigens, wir haben sehr lange auf das Heim gerade warten müssen, deswegen habe ich und Jojo schön die Queries entleert. Ja, ihr habt auf mich warten müssen. Haben wir auf Angi warten müssen. Nein, auf jeden Fall, man sieht, sehr viele Obsidian, sehr viele Feuersteine. Ein bisschen Oranium, ein paar Dias und nur ganz wenig Eisen. Ja, ja, doch noch mal ausschlafen, oder was ist da los bei dir? Doch, doch schon. Ja, du warst ja im Tunbach. Ja, ich bin, ja, zwölf Uhr hat mein Vater geweckt. Hab ich schon, da gibt's Essen. Mal essen, da habe ich ja vielfach gespielt. Wusstet ihr nicht, ob sie so früh irgendwie hier aufnehmen möchtet? Okay, wir haben zwei Uhr mittags. Tschüss. So früh, ja. Dann machen wir hier noch ein bisschen die Beleuchtung rein. Und wir werden auf jeden Fall ein bisschen langer System irgendwann mal ein bisschen verbessern auch noch. Ich habe nämlich gemerkt, wir haben auch sehr, zu viel Kohle fast schon. Wie man jetzt hier sehen kann. So. Muss weiter dauern. Crystal Cluster. Gibt's in Minecraft eigentlich auch irgendwie Drogen oder so? Nein. Wäre aber schon geil. Kommt jetzt auf Drogen, Alter. Ich weiß noch. Gerade eben noch in einem anderen YouTuber ein Video gesehen. Den Titel halt. Marihuana, es lohnt sich bei altes Live. Der macht auch Minicraft-Videos. Habe ich das gerade irgendwie so? Egal. Ja. Egal. Ja, ja. Ja, bei mir passiert natürlich nichts Spannendes. Muss nur hier ein bisschen rumzaubern, ein bisschen rum experimentieren, was um was geht. Crystal Cluster, was könnte man dazu benötigen? Das ist eigentlich das letzte, was man bei den Zaubern da bekommen kann. Äh, so netzte, ganz komischen Zauber-Aufkanum. Ah, war das nicht dieser eine komische Zauberstab mit dem Sternchen? Ja, genau. Jetzt, um, hier haben wir eine Schüsse, eine Schüsse, eine Schüsse, eine Schüsse, eine Schüsse. Nein, Schüsse ist auch nicht. Dann, das wollte ich euch auch nicht machen, sondern jetzt, dass wir die Ziele machen. So. Da kommen wir auch für Rubber-Missile. Süß. Was macht ihr denn gerade so, sagt mal. Äh, ich baue hier oben noch einen zweiten Wasserturm. Ähm, ich versuche mal gerade eine Mining Turtle zu bauen. Ach, schön. Ja, ja. Was machst du, Jojo? Mining Turtle. So, dann gucken wir mal hier. Okay. Auf jeden Fall noch Feuerzauberstab. Großtauschzauberstab. Okay, und den Lightning Starboard. Ja. Ähm, Feuer. Mal ein bisschen. So, das mal ein bisschen später beenden, das Rezept. Spielt ihr da noch eine von euch, äh, zwei, äh, Leech of Legends? Ne. Habt ihr schon mal gespielt? Ne. Geh, probier's aus. Macht übel süchtig. Genau deshalb probier ich's nicht aus. Gut, vielleicht muss er also zuerst den Crystal Kassel forschen. Ich weiß nicht, was ich dazu brauche. Wo hat denn das ganze Holz? In der Küste. Okay, da ist nix mehr drin. Das meine ich, ja. Ist nix mehr. Soll ich aber nicht sparen? Ja. Was? Äh, tut der Zauberstab zum Abreißen schneller abreißen wie ein Diamond Throne? Ja, ne, ich glaub nicht. Minimal vielleicht nur. Lass ich mal ausprobieren, wo bist du? Ich komm grad dann zu dir. Äh. Hallo. Guck. Warte. Doch, geht's schneller. Okay, da. Guck mal Diamond Throne an. Hier hinten durch ist der Zauberstab. Leute, bei mir ist hier irgendwie so ein Grafikpack. Äh, äh, so. Gibt's eine Linie in der Nähe? Ja, mach mal jetzt. Alter, das gibt's nicht. Wäre das Element brauche ich denn noch für das scheiß Crystal Cluster? Äh, Marvel? Äh, das muss auch nicht sein. Das muss auch nicht. Da müssen wir die mal ausprobieren. Das haben wir ja schon. Ja, die haben auch noch ein paar schon jetzt. Okay, jetzt checken wir das gleiche. Was denn hier noch so? Wir machen das mit. Vielleicht ein bisschen Eisen. Nehmen wir ein bisschen an den Ross. Er ist jetzt auch nicht. Der auch nicht. Doch, Mann. So, was gibt es denn noch? Nein! Nein! Ich sage es mal wieder. Ich weiß sie kack, obwohl ich jemals gekannt habe. Was ist denn mit Fabi? Okay. Mein Jetpack ist alle. Dann bau dir doch mal Longfallboots. Stimmt, die gibt es ja auch noch. Danke für dich. Das ist ein Platz. Ich bin Long, Wolfgang. Oh, Gott. Und das ist das değeriert. Einige alperen Schatz. Däntchen? Däntchen. ich weiß nicht und es wird zu müssen auch die die ich will die ich bin noch dran gelegt die ich bin ein Jahr ich bin auch schon ich bin auch wo es ist jetzt nicht hinunter dann kann es sein dass keine monst das hat ich mir auch schon aufgefallen ganz schön dass wir auch viel zu spielen wir sind schön mit dem hunger verlieren obwohl doch jetzt eben aber es braucht aber echt nix ich glaube spawnen spawnen aber was oder ich geh mal nachschauen bei der mobfarm meint ihr ja die läuft richtig und zwar ist überhaupt nix doch ist und was schon ein bisschen komisch jetzt das hat jetzt nicht gelohnt das st st ein bisschen fast wieder am ende der folge schon was schon ja wie lange machst du 10 Minuten 10 Minuten so was immer ok immer schön nach aber irgendwie wechseln zum Ding äh wie ich weiß wie heißt es nochmal Flax ja Floch Flax ich darf mir ich darf mir sicherlich Steckkode nehmen oder er hat mehr mit ihnen ich habe okay ich hab's richtig okay ich brauch sie sie zieht sie zum und die meine kürte arbeitet so tun wir ich noch größte klassen in dieser folge schön noch erforschen keine ahnung was es ist aber erforschen das sieht kompliziert aus ist nicht und die kannst du dann in der nächsten folge eine quarry aufstellen oder zwei quarries auch schon und ist der klaster der herr spielung ist der übrigen im witzel schaust von nur kein bock zu lesen einfach lernen so ich meine das versteckt mich Okay, haben wir gemacht, jetzt fire shard mal, wir gucken, update, fire things. Okay. The theory of everything, the theory of everything, isn't it? Ist die Folge eigentlich schon raus? Ja, jetzt, na klar, ja. Ja, aber ich dachte gerade nur, ob du schon irgendwie gesagt hast. Ich muss gerade gucken, ich forsche gerade irgendwie was mit The theory of everything. Okay. Lass uns mal gleich nächste Folge weitermachen. Lasst auf jeden Fall eine positive Wander, wenn euch der Part mal wieder gefallen hat. Auch wenn es hier gerade nicht so viel gab, ist am Schluss ein bisschen noch was, mit schönen Zauberei und so. Lass Kritik oder Verbesserungsvorschläge in den Kommentaren da und man zählt sie bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao, ciao. Keiner sagt Tschüss. 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 Vielen Dank.